Hallo, ich bin Milla und bin neun Jahre alt. Das ist meine Mama. Meine Mama ist Bestatterin. Wenn ich groß bin, möchte ich auch Bestatterin werden. Und das hinter mir ist das Geschäft. Das ist Ulrike Meester. Sie spricht gerade mit traurigen Angehörigen über eine Beerdigung. Ulrike macht Trauergespräche. Das ist Luis, er ist Bestatter. Das hat er bei uns gelernt. Und das ist Selina. Sie ist auch Bestatterin. Sie bereiten gerade zusammen eine Trauerfeier vor. Luis und Selina sind überall unterwegs. Auch ganz weit weg. In Münster und so. Und dürfen natürlich auch in den hübschen Kapellen und Kirchen drumherum die schönen Blumen und Kerzen dekorieren. Sie können alles. Alles. Sie besuchen die Leute zu Hause und holen sie ab. Sie kümmern sich um Dekoration und Trauerfeiern und sorgen dafür, dass rein gar nichts schief geht. Luis und Selina dürfen schön auf den Friedhöfen herumlaufen und Eichhörnchen zählen. Ne, Quatsch. Sie müssen ja wissen, wo der Sarg und die Urne hingetragen werden müssen. Das ist ganz schön groß hier. Und das ist St. Victor. Die Kirche ist direkt bei uns. Und Ellen T. Horst, sie arbeitet bei meinem Büro, spricht oft mit Angehörigen und sie spricht immer so schöne Texte. Selina achtet immer auf die Details. In dem kennt sich wirklich jeder. Hi, Oskar!